m Pläse wieder abgeschmiert und es geht weiter ja soll ich doch noch groß erklären langsam nervt ohne Mist und wir kommen jetzt eh zunächst Mission weil die davor noch mal den ganzen Käse machen dem scheiß Radar kackt da ein bisschen schneller wie ich ich hab mir guter das Ding sollen wir abklingeln oder was ne Ahnung zerstörer zerstörer müssen wir abklingeln boah alter die Blitze macht der Fotos ach da hinten ist noch einer habe ich ganz vergessen ich hab's gar nicht gesehen ja was ist denn das denn dauernd wie wie Futterbarer hat der zerstörer eingeblieben upsala was denn hat der hat der zerstörer eingeblieben heiligar das nervt langsam ne das Geblitze und ich ich gut du kannst den Stunt machen Nee, ich will es nicht mehr. Oh, komm, ich hole ihn hier. Zack. Luftziele. Dann wollen wir mal. Luftziele, yeah! Boah, Alter, die ist geblitzt. Das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Ich steh mir so schön dran. Das ist komisch, wie wenn er ein Foto macht. Was? Macht einfach nur... Na, du Sack. Scheiße, wir gehen die Raketen aus. Ich bin noch Winnie drumherum. Ich bin wieder... Ich bin noch Po ambitioniert. Die haben Hilfe mit diesen Pilmen, Captain. Kein Ding... Alle raketenmeer. Die ist nicht weg... Hier ist Jürgenü Living. Hier liegt Nachschub? Hier ist irgendwo Nachschub. Und dann automation. da das war auch schon ein ding wie ich fliegt das ist ja das doof da ist schrotz genau auf den druck ja 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 Woa 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 Blöd ist das jetzt, dass jetzt irgendwie alle Muni-Dinger weg sind Ich hab nur einen eingesammelt Warte, hier irgendwo ist ein... Ja da ist wieder einer, einer ist wieder da für Muni Warte, ich seh ihn, ich seh ihn Ich kann... Jetzt geh doch mal... Jetzt Alter Scheiß Flack Woah Zwei mit einem Schuss Zwei mit einem Schuss Scheiße Ich hab mich voll erwischt Uuuuund... Ich komm Na Alter, du musst mal knapp an den Panzer vorbeifliegen Wer war ja... Ich hab mich Menschen gemassert oder nicht? Kein relevanter Schar Kein relevanter Schar und du bist gerade abgestürzt, du Trottel Nein, mir geht doch Es ist kein W März Gib mal Kein Hm, komm her. Jetzt. Wie war das los? Abgestört. Boah, alter. Leg mich doch am Arsch. Du merkst, es naht sich dem Ende zu. Alter. Geht beide ab, ne? Alter. Scheiße, Raketen leer. Was mach ich denn jetzt? Jetzt hab ich ein Problem, ne? Uni holen. Der Budi und hier ist keine. Da ist eine. Usa. Mehr, du Sack. Dich will ich. Markier den jetzt. Ich sehe nix. Er hat ihn wieder entmarkiert. Das ist ein süßes Kale. Nein. Mann, du Scheuer. Mehr, du Sack. Oh. Ich bin genau in den Flakturm reingehauen. Klasse. Oh, fuck. Oh, der Scheuer. Ich bin genau in den Flakturm reingehauen. Alter. Scheiß Scheinwerfer, Alter. Ich seh nunis. Ach, Mensch. Ich stürze mal ab. Ich stürze jetzt später. Oh. Alter. Scheinwerfer, böse. Ich bin genau in den Flakturm reingehauen. Ich schieße hier. Ich mach doch gar nicht. Ich fliege doch nur. Ich muss das mal im echten Krieg sagen. Ne, ne, ne. Ich laufe der Grill noch lang mit der Waffe. Naja. Alter. Ja wo ist der denn? Der ist ja am Arsch der Welt hier Na hier hinten ist Party Jetzt sind wir da hinten und so Wasser und so Was macht der Andoined Fotos? Warum ist denn hier so weit weg? Onkel? Wenn? Warum ist denn hier so weit weg? Wer denn? Ziel! Jetzt bin ich da! Ja wo ist denn hier? Ja wo ist denn hier?